Sie sind mehr als nur Kollegen oder Freunde. Sie sind meine Familie. Wenn deine Familie in Gefahr ist. Wir sind uns also einig, dass es fahrlässiges Verhalten gab. Musst du alles dafür tun. Diese Feuerwehrleute, die sie unbedingt beschmutzen wollen, sind Helden. Um sie zu schützen. Ich dachte, du wärst auf meiner Seite. Und kommt die Zeit davon. Ich hol euch beide hier raus. Die neuen Folgen. 911. Notruf LA. Morgen, 20.15 Uhr. ProSieben. Oder kostenlos auf Join.